Egal, was ist denn das? Das ist doch nicht für dich raus, ne? Der ist so beteuernd, ne? Mach doch! Alter! Alter! Langsam, da kriegen wir so einen Boost, weißt du? Ja, da kriegen wir so einen richtigen Boost da, um irgendeinen Kopf, ja. Die Gefahr ist irgendwie voll komisch. Die Gefahr ist so gut! Oh! Oh! Das ist für mich! Ich war schon da einfach fast gestorben, ey! Ich war schon da einfach fast gestorben, ey!